Du läufst jetzt hier oben, oder, Safe? Ja. Wir haben noch 55 Grad bei diesen hohen Centimasten. Bei mir ist einer. Komm in deine Richtung. Einer ausgenockt. Einer ausgenockt. Scheiße, hier ist noch einer drin. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Oben. Oben. Ist hier oben in dem Haus drin, Thomas. Muss mal kurz zur Seite, mal ganz kurz die Waffe tauschen. Thomas, lauf nicht so laut. Der ist auch mal ausgesprungen. Ja. Oder? Ne, ist er nicht. Aber der hat auf jeden Fall jetzt fein startet kaputt gemacht. Nein. Treppe, 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 hat nix mehr. Komm mal. Da war noch einer, der ist oben rausgesprungen. Thomas, du bist safe wieder, David. Jo. Aber der ist noch drin, oder? Ja, pscht. Ja. Pscht, pscht. Er ist hinten rausgesprungen. Alle down. Nice. Ja, aber der wird sich jetzt aber auch bewegen. Wir müssen da vorne an die Felsen ranlaufen und dann fahren. Bevor wir schießen vielleicht sogar, damit wir nicht die Aufmerksamkeit noch auf... Die sind direkt neben uns welche. Vorsicht. Direkt neben uns sind Leute. Okay. Hinten rum. Einer down. Der andere kommt auch. Wieso? M249. Pscht, pscht. Ich kack gerade richtig rum, ey. Alles gut. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Aber wir haben auch keine Chance mehr, jetzt irgendwas zu looten oder so. Ja, ich... Kann doch sehr gut sein, dass hier oben schon andere Leute sitzen. Die anderen beiden von vorhin. Ja, hier oben liegt einer auf dem Dach... Äh, auf dem Dings da oben. Wo die ganzen Kisten liegen rechts da oben auf dem Feld und direkt vor dir. Was ist denn hier für ein Loot, Alter? Du musst mal schnell die Sanitäztasche nehmen. Granate. Nein, ich wurde von der Spitterranate ausgenockt hier oben. Safe, du musst mir helfen. Nein, zu spät. Ich bin an dem Fall... Ich sage, ich kack... Also so rumgekackt wie in der... Echt?